Die Stimmung steigt und wir starten jetzt in die Skischung! Unser Springer, unser Frank! Der 180er Sensorzerabliegen, die Volk von Pfunder! Ja Freunde, der nächste Highlight von uns zugleich! Ja, der braucht hier den Hang hinauf! Ja, dann fangen wir natürlich an und auch mit einem kräftigen Applaus! Ja, dieser, unser Michi von Michi Skischule! Ja, der ist schon ein Applaus! Ein super Tag, bravo Manuel! Wir retten lieber die Kiste Bier wie unsere Dominik. Aber Gott sei Dank kraftig, so sind früher die Verletzten vom Berg gebracht worden. Also was passiert? 1,1869. So haben wir früher die Verletzten. Was führt Manuel, Martin und Dominik? Oder die größten Blast für das Blödensteller. Und die erste junge Dame, die wir mit dem Franz. Zeitgleich mit dem Punder. Dich gefällt von Rodi. Also schnelle Schwünge mit Kaufe-Technik. Und ob ich hier war mit einem Skier ein Sonderfluss für uns? Und die zweite Gruppe, die sie in einem Fall vor, die ihr umsagt, Jürich! Und der Heli, eine Sondereinlage über die Schanze sogar. Mit den Holtschiern das letzte Mal am heutigen Abend. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und ATV-Aure-Fahrt hier der Crash! Und damit was wir die in Götter als Kölge machen. Unsere junge Mildi aus Gallos. Und natürlich haben wir... ...ein 720. Und das ist ein Triple Mildi. Und hier sind die Ich wurde letztes Mal für Sie am heutigen Abend. An dieser Stelle darf ich mich bei Ihnen anrufen. Vielen Dank.